Was das Trendmanagement nicht nur grossunternehmen vorbehalten ist, das möchte ich Ihnen zeigen mit dieser Videoreihe, wie Sie das Trendmanagement in Ihren Unternehmen ganz einfach integrieren können. Normalerweise ist das Trendmanagement bei der Marketingabteilung angesiedelt. Das heißt, das Produktmanagement ist verantwortlich, die einzelnen Trends zu dokumentieren und diese dann auch der Geschäftsleitung für die strategischen Entscheidungen zuspielen zu können. Ich möchte Ihnen zeigen, wie Sie Trends erfassen, wie Sie Signale richtig erkennen und diese dann richtig aufarbeiten können, damit Sie die Grundlage haben, die richtigen Projektionen für Ihre Zukunft vornehmen zu können. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.